Zuallererst möchte ich erstmal den ganzen Fahrern danken, die so zahlreich erschienen sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid bei dem Children of the Sea Kite Festival und auch schon bei den vergangenen Events für unseren Ride of the Year. Und wir freuen uns natürlich auch noch nächstes Jahr und hoffen auch da wieder einige von den Gesichtern zu treffen. Und ja, wir hatten auf jeden Fall trotzdem noch Glück. Wir hatten schon gedacht, es kommt gar kein Wind mehr, jetzt konnten wir doch am letzten Tag noch einiges durchfahren. Wir wollen auch im Anschluss der Siegerehr um die Herren noch zu Ende fahren, wenn das möglich ist. Und hatten heute gute Neufe für Junioren und Damen und ich denke auch im Racing. Genau, auch nochmal ein ganz großes Dankeschön natürlich an die ganzen Sponsoren, Unterstützer, die Stadt Fehmarn, wer noch alles mit dabei war und dann natürlich auch die ganzen Judges, die ganzen von der Orga-Crew, die uns geholfen haben, die die Nachtschicht gemacht haben. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Der Moderator, ganz wichtig, hat uns hier schön durch den Tag geführt und auch den Livestream kommentiert. Ihr werdet auch im Anschluss des Events nochmal ein paar Videos und Fotos zu Gesicht bekommen, die ihr auch natürlich gerne weiter verbreiten könnt. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der Siegerehrung. Einige haben ja noch einen langen Heimweg vor euch. Und deswegen würde ich einmal Tobi auf die Bühne bringen. Wer das Ganze durchmoderieren wird. Und dann natürlich auch zu guter Letzt, was ich noch außer Acht gelassen habe. Die ganzen Stände, die ganzen Hersteller, die jetzt hier mit dabei waren. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch an das Event glaubt, dass ihr das Ganze mit unterstützt habt. Das freut uns natürlich sehr. Und wir hoffen auch im nächsten Jahr weiterhin euren Support zu haben. Und freuen uns auf eine gute Saison 2022. Ja, willkommen zur Siegerehrung. Ich würde auch nicht zu blank rumhambeln, weil das geht ja gleich los im Freestyle. Das wird nochmal nice. Ich fange direkt an mit um 17 Racen mit Cube Kites. Da hat gewonnen Titus Cernial. Ist er da? Ja, Titus, komm raus. Herzlichen Glückwunsch, Tito. Mal einen dicken Applaus für euch. Als nächstes kommt U19 Pro Race, also mit Soft Kites und Zoll und Sotts. Ken Fassbender. Was ist zu? Einmal auf. Kannst du auch gleich nochmal hier rein? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, nochmal einen dicken Applaus. Sehr schön. Nice. Ja, theoretisch kannst du auch direkt hier bleiben. Aber ich will ja nicht die Spannung wegnehmen. Genau, Männer Pro Race. Da haben wir auf dem dritten Platz Sebastian Reising. Auf dem zweiten Platz Jan Bremer. Jan Bremer. Jan Bremer. Auf dem zweiten Platz Jan Bremer. Jan Bremer. Jan Bremer. Jan Bremer. Jan Bremer. So, und nochmal auf dem ersten. Ken Fassbender, sorry. Ja, das sind hier die Pro Racer. Sehr schön gemacht. Sehr nice. Glückwunsch an alle, sauber gemacht. So, kommen wir zu den Junioren. Zum Glück konnten wir ja heute ein bisschen Freestyle zumindest mit ein paar Unterbrechungen, aber sind ja nach Ort ausgewichen und da ging ja ein bisschen was zumindest. Und das Wasser war glatt, das war schon gut. Bei den Junioren auf dem dritten Platz Fabian Frick. Applaus Auf Platz 2, Finn Flügel. Komm hoch. Sauber gefahren. Starke Leistung. Auf Platz 2, Finn Flügel. So, und auf Platz 1, sehr stark gefahren, Luca Meierhofer. So. 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 Okay. So. Wir sind auf Platz 2, steht schon auf der Bühne, Doni Erdmann. So, herzlichen Glückwunsch. So und auf Platz 1, Alessa Mensch. Das sind unsere besten Freestyle-Frauen hier. Sehr nice. Congrats! Willkommen! Dann muss man schon Freestyle. So, sehr schön gemacht. Großen Applaus! Applaus 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 Vielen Dank.